Hier ist überall Polizei, Alter. Die suchen mich, Alter. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Paluten baut seine Putze um Videovlog. Nennt es, wie ihr wollt. Am gestrigen Tag haben wir ja schon echte Fortschritte gemacht im Ufo. Dort gibt es nämlich jetzt astreine Kinosessel. Die habe ich gestern mit Smurf und Redi aufgebaut. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, zieht es euch auf jeden Fall rein. Es war sehr kurios. Wir sind nicht unbedingt die besten Handwerker. So viel dazu. Aber am heutigen Tag gibt es hier in meinem Aufnahmezimmer hoffentlich die eine oder andere Veränderung, das eine oder andere Upgrade. Denn ich würde ganz gerne hier im Hintergrund euch müssen wir auch noch ein bisschen aufbauen beziehungsweise an die Wand kleben. Denn die Wand ist noch ein bisschen nackig, würde ich mal sagen. Ich möchte so ein bisschen anderes Licht hier hinten reinbringen. Ich werde mich jetzt nämlich gleich ab in die Stadt begeben und dort diese LED-Leuchten mir holen. Das ist nämlich ganz praktisch, weil ich muss jetzt gleich noch einmal zur Post dort ein paar Briefe und ein Paket abgeben und da dachte ich mir, okay, dann kann ich mir da vielleicht auch gleich direkt was zu essen holen. Vielleicht auch ein paar Donuts. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Innerell, es macht so viel Spaß, euch hier immer mitzunehmen. Hier die ganze Ecke muss ja auch noch, hier liegt auch noch so viel Krimskrams rum. Also der muss auf jeden Fall, das werde ich auf jeden Fall hier noch drin behalten. Obwohl es hier, das könnte ich auch in so einen Bilderrahmen spannen. Das hier ist wahrscheinlich zu dick. Hier haben wir noch das gute alte Kot-Eis und dieses wunderbare Edgar-Kissen, was mir jemand gebastelt hat. Das Darth Vader. Hier ist noch die coole Paluten-Cab, die mir jemand auch von euch gegeben hat. Okidoki, Leute, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich weiß nicht, was wir dann genau tun, aber es wird geilo. Ich werde wahrscheinlich, boah, das Problem ist auch, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen und wir haben es, wie gesagt, jetzt ist schon 14.43 Uhr und ich bin so langsam am Verhungern. Ich brauche unbedingt was zu snacken, weil ich habe den ganzen Morgen im Grunde genommen Videos aufgenommen, Videos geschnitten und das war's. Und dann vergisst man manchmal das Essen. Also ich vergesse es nicht, ich habe da meistens immer mega Kohldampf, aber ja, man muss Prioritäten setzen. So, okidoki, ich will euch nicht weiter langweilen, wir machen uns auf den Weg. Hier ist überall Polizei, Alter. Die suchen mich, Alter. Hier ist auch alles komplett abgesperrt. Junge, was ist denn hier los? Okidoki, Leute, ich darf jetzt einen riesigen Umweg nach Hause nehmen, weil die Straßen sind überall gesperrt, es sind irgendwelche Demonstrationen in Köln. Geil, Lohu? Endlich wieder zu Hause. Sorry, es ist ein bisschen dunkel, vielleicht legt die Kamera mal wieder. Lass uns mal ganz schnell hier, boah. Das hat meinen Zeitplan gerade richtig durcheinander gebracht, das Ganze. Zack, zack. Ich setze euch mal kurz ab. Alter Schwede, was war da gerade bitte in Köln los? Ich hätte eben nochmal einen Polizisten gefragt und es sind wohl ein, zwei Demonstrationen zeitgleich in Köln. Und das ist natürlich ein bisschen suboptimal, vor allem suboptimal, so dass ich jetzt einen richtigen Umweg gehen musste. Aber da kann man ja den Polizisten keinen Vorwurf machen. So, jetzt geht es aber zum interessanten Teil. Komm, wir gehen mal in die Küche, Leute. Okay, alles klar. Wir haben es 16.47 Uhr. Das ist natürlich der absolute Oberknaller. Ah, hier sind doch die guten Sachen drin. Meine Damen und Herren. Oh Gott, was ist das? Den hat es ein bisschen erwischt. Der sieht ein bisschen aus wie eine Banane. Aber das Wichtigste. Die werde ich mir natürlich gut einteilen, so wie immer. Guckt euch die Bad Boys an. Oh. Okay, man sollte... Tadah. Oh, das ist... Das ist ein lecker Schmecker. Das müsste... Das ist nochmal Glazed. Das ist Vanilla Frosted. Das nannte sich Paris. Das ist Strawberry. Das war irgendwas mit... Keine Ahnung, irgendwas mit Tanzen. Und das ist nochmal Schoko. Obwohl Schoko ein bisschen komischer aussieht. Als hätte Schoko irgendwie... Das hat irgendwie mehr Zeit gefressen, als ich gedacht habe. Leider. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann euch auch nochmal ganz kurz zeigen, was ich mir jetzt hier noch... Ach, hier steht noch mein Kaffee. Anderweitig geholt habe. Das habe ich mir geholt. Sieht im ersten Moment nicht sonderlich spektakulärisch. Das coole ist allerdings an denen, die kann man scheinbar mit der App steuern. Und dann kann ich hier auch während des Zockens einfach mal schön die Sachen so umstellen. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Die dann so ein bisschen im Hintergrund zu drapieren. Also da bin ich auf jeden Fall... Auf jeden Fall mal gespannt, wie das wird. Aber dafür habe ich jetzt absolut keine Zeit mehr. Denn ich habe gleich schon direkt den nächsten Aufnahmetermin. Aber vor dem ganzen Kram. Ich muss jetzt erstmal was essen. Lecker, lecker Donuts. Und Zap. Jum, jum, jum. Viele fragen sich auf einmal, Jo, P-Dizzle, weshalb isst du eigentlich an deinem PC? Das Ding ist, einerseits habe ich da immer cooles Entertainment. Genau deswegen. Ich bewege diesen Tisch gerade nur mit einem Finger. Den haben Revi und ich damals eher schlecht als recht aufgebaut. Und deshalb brauche ich dahingehend auf jeden Fall auch nochmal einen neuen Tisch. Vielleicht auch noch den einen oder anderen Stuhl. Aber darum kümmern wir uns dann einfach mal in der Zukunft, wenn ich dann vielleicht auch mal wieder zurück bin aus dem Urlaub. Ich möchte jetzt halt ganz gerne mein Aufnahmezimmer fertig bekommen und ansatzweise das Wohnzimmer. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal ganz gut was geschafft. Ich werde jetzt das erstmal schaffen. Was ist eigentlich euer Favorit? Und nein, ist wie immer kein Placement. Ich habe einfach nur Hunger gehabt. Ich muss ja sagen, wenn ich mich entscheiden muss zwischen einem leckeren Sub, McDonald's oder Burger King Sachen, weil das sind ja eigentlich die drei größten Fast Food Camps in Deutschland, dann nehme ich eigentlich immer einen Sub. Weiß nicht, das ist zumindest annähernd noch so ein bisschen frisch. Mit so ein bisschen Salat, obwohl das Brot jetzt wahrscheinlich auch nicht das Beste ist. So, hier wird aber kein... Vor allen Dingen, das sage ich, während im Hintergrund so sechs Donuts sind. Ja, wenigstens gibt es da so ein bisschen Salat und so. Ja, und dann so schön sechs Donuts. Aber eigentlich möchte ich so zwei Donuts und den Rest so morgen. Weil dann packe ich die in den Kühlschrank, da halten die sich auch locker noch einen Tag. So Leute, das war es mit dem heutigen Vlog. Bisschen chaotisch, chaotischer als sonst. Und wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da, würde mich echt freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.